Wenn der Papst neu wäre, dann wäre ich ja wohl schon lange brandneu. Also die neue Bescheidenheit der Kirche. Hallo Freunde, wer hat denn damit angefangen? Ich sag nur, Beichtcontainer statt Beichtstuhl. Also ich meine, der Trenzetter bin ja wohl ich. Ich bin Wolfgang, der Mann für die Sünde. Nein, nein, nein.